Egal für was, immer brauche ich Content, sei das für Social Media etc. Irgendjemand muss diesen Content schreiben und ich alleine zum Beispiel oder in vielen Unternehmen hat man da ein Problem im Bereich Ressourcen. Da muss das Ding noch gut sein, wir nutzen und ich kann das mit wärmsten Herzen empfehlen, content.de. Ich habe mir also Google Alert abonniert, das könnt ihr selber kostenlos erstellen. Das heißt, ich gebe hier verschiedene Keywords ein, wie beispielsweise Hacker oder Neue bei YouTube. Und da bekomme ich jeden Tag interessante Beiträge, was ist Neue bei YouTube, sofern neue Beiträge Google gefunden hat. Und ich gehe nur noch hin, gucke mir diesen einzelnen Beitrag an und hole mir diesen Link, das ist jetzt von Golem beispielsweise. Gehe da hin, schaue mir diesen Beitrag an und wenn dieser Beitrag passend ist für mein Zielpublikum, Mixer soll schnell streamen als YouTube, Gaming und Twitch. Mixer soll schneller streamen, ok. Also bedeutet, wenn das interessant ist für mich, kopiere ich einfach die URL, gehe auf content.de, logge mich ein, das mache ich jetzt gerade mal. Wenn ich eingeloggt bin, gehe ich auf Login als Auftraggeber und habe jetzt die Möglichkeit, einen neuen Auftrag zu erstellen. Das heißt, ich gehe hier auf Neuer Auftrag, dann auf Formular und kann jetzt genau sagen, was ich denn gerne für ein Bericht möchte. Ich habe hier die Möglichkeit zu sagen, wähle das Projekt. Dann sage ich, was ist das für eine Textart? Ist das zum Beispiel ein Erfahrungsbericht, eine Pressemitteilung, E-Books, was auch immer. Also egal, was ihr habt, ihr findet hier immer was Passendes. Ich gehe jetzt auf News und Blogbeiträge, dann habe ich die Kategorie, in welcher Kategorie soll das sein? Denn es soll ja jemand schreiben, der hiervon auch wirklich Ahnung hat. Deshalb gehe ich jetzt hier mal auf, das ist jetzt noch ein bisschen schwierig. Marketing, 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 Immobilien, Wirtschaft, Technik, Erfahrung, Musik, Medien, Marketing. Online-Marketing, PP, Social Media, ich nehme einfach mal Social Media. Dann haben wir das Qualitätsniveau. Vier Sterne reichen meistens völlig. Also ich buche immer hier diesen 2-Cent-Bereich pro Wort. Man kann natürlich auch hier mehr Sterne nehmen, wenn man wirklich sicher sein will, dass das Ding 100% gut sein muss. Aber vier Sterne reicht völlig. Dann habt ihr die Wortanzahl. Das rechnet euch dann, was ihr für ein Budget rechnen müsst. Also ich habe jetzt hier 500 Wörter. Dann haben wir Keyword-Dichte in Prozent, die ihr ebenfalls angeben könntet. Und dann habt ihr hier das Keyword. Das Keyword, was für euch wichtig ist, könnt ihr hier nochmals reingeben. Wenn zum Beispiel das ein Beitrag ist für einen Blogbeitrag, der bei Google gut ranken soll. Da sind also wirklich auch erfahrene Leute und Menschen da, die dann in Bezug auf dieses Keyword euren Text schreiben. Hier beim Briefing gebt ihr einfach nur, ich habe diesen Beitrag gesehen, hier der Link. Bitte schreibe einen eigenen Text dazu. Und fertig. Wenn dann der Auftrag fertig ist, das geht meistens innerhalb von 24 Stunden, dann habt ihr das hier in der Übersicht. Da habt ihr also alle Beiträge. Wir haben sicherlich schon, was weiß ich, 30, 40 Beiträge machen lassen, sind sehr, sehr zufrieden. Auch wenn es mal nur ums Kurzlektorieren geht. Da ich ein Legastheniker bin, ist das für mich sehr, sehr wertvoll. Oder hier haben wir den YouTube-Bericht. Ich klicke einfach mal hier rein. Dann habe ich nochmal die Information. Das waren jetzt, wie viele Zeichen waren das? Das waren jetzt... 980 Zeichen, 21 Euro. Also ich denke, das kann sich jeder Unternehmer leisten. Die Zeit, die ich gebraucht hätte, wäre viel mehr wert als hier diese 21 Euro. Und dann habe ich hier die Keywords hinterlegt. Was sind die wichtigsten Keywords? Abspann Editor YouTube, Abspann Editor bei YouTube. Und die werden dann überall nochmal hier angezeigt im Content. Wenn ich zufrieden bin, kann ich den direkt bewerten. Der, der das geschrieben hat, das war in diesem Fall der Alistar 87. Und kann den Text sofort runterziehen und in meinen Blog verwenden, für Social Media posten und so weiter. Ich finde es mega genial. Ich bin richtig happy mit Content.de. Kann das wärmstens empfehlen. Unterhalb, in der Videobeschreibung habt ihr den Link. Und bitte, schreibt mir doch mal in die Kommentarfunktion, was nutzt ihr, um Content zu erstellen? Denn es ist gerade für die, die dieses Video dann später anschauen, auch interessant, was gibt es denn sonst noch für Möglichkeiten. Ich kenne jetzt Content.de, was ich nutze, aber es gibt vielleicht andere, die andere Portale nutzen. Einfach reinschreiben, auch wenn ihr Fragen habt, einfach schreiben. Und natürlich den Kanal abonnieren, damit ihr kein zukünftiges Video mehr verpasst. Ich wünsche euch viel Spaß beim Content erstellen und bis dahin, euer Pascal.